Hi, heute habe ich was für dich, das ist für den unteren Rücken, für die Beinrückseite, für die Hüfte, Iliosakralgelenk. Hilft dir in der Vorbeuge und ja, macht richtig frei. Ich finde auch immer, wenn man hier in der Hüfte und in den Beinen was frei macht, dann öffnet das auch die Brust, die ist gleich viel leichter. Und was du brauchst ist ein etwas rutschigerer Boden und eventuell ein Handtuch. Und vielleicht Socken. Eins von beiden, Handtuch oder Socken. Die Socken, wenn es dir nichts ausmacht, dass sie kaputt gehen. Also Hacken, Löcher an den Hacken. Für die Übung habe ich eigentlich Material für bestimmt eine halbe Stunde. Ich habe es jetzt mal auf 10 Minuten eingegrenzt, weil, naja, YouTube. Und du kannst sonst zuhören, du musst es dir nicht angucken, sondern hören. Lausche meiner Stimme. Gucken kannst du, wenn du magst. Und wenn das Ganze auf positives Feedback stößt, dann haue ich vielleicht auch nochmal die halbstündige Variante raus. Weil, die hat echt viele Benefits. Ich kann es nur immer wieder sagen, aber wir sind ja bei YouTube, wir machen es kürzer und jetzt legen wir los. Bis gleich. Zu Anfang komm auf den Boden, spür einmal kurz rein, wie es dir heute so geht, wie du aufkommst, wie deine Knochen am Boden liegen und dann setzt du dich auch auf. Du brauchst, wie gesagt, eine rutschige Unterlage oder halt rutschige Socken. Ich komme von meiner Matte runter und setze mich tatsächlich auf den Fußboden. Du setzt dich auf, dein linkes Bein bleibt lang und dein rechtes Bein ziehst du zu dir ran und umarmst es. Du ziehst deinen rechten Oberschenkel, dein rechtes Knie an deine Brust heran und stellst dann deine Hacke auf, deine rechte Hacke, und versuchst, deine rechte Hacke geradeaus nach vorne von dir wegzuschieben. Und du lässt deinen Oberschenkel, dein Knie nicht los. Du gehst also in eine Art Vorbeuge und ziehst dann deinen Fuß wieder zu dir ran. Ganz wichtig, du gehst nur so weit, wie du immer noch deinen Oberschenkel umarmen kannst. Dein Oberkörper klebt auf deinem Knie und auf deinem Oberschenkel. Du drückst deine rechte Ferse in den Boden, die Zehen zeigen zur Decke und schiebst deinen rechten Fuß von dir weg nach vorne. Und holst ihn wieder ran. Komisches Gefühl bestimmt. Geh nur so weit, wie du kannst. Ich beschreibe es noch einmal. Umarme dein rechtes Knie, deinen rechten Oberschenkel. Dein Fuß, dein rechter Fuß steht auf deiner Hacke und deine Zehen zeigen Richtung Decke. Und dann drückst du deine rechte Hacke nach vorne vor dir weg. Du sinkst mit deinem Oberkörper hinterher deinem Oberschenkel. Und schau einmal, was das dann in deiner Hüfte macht. Wie fühlt sich das in deiner Hüfte an? Schiebe deine rechte Hacke von dir weg. Umarme dein rechtes Knie. Bleibe mit dem Oberkörper auf deinem rechten Oberschenkel. Gehe nur so weit, wie das noch möglich ist, mit dem Oberschenkel und dem Oberkörper in Verbindung zu bleiben. Und dann kommst du wieder zurück in die Ausgangsposition. Dein linkes Knie, dein linkes Bein. Dein linkes Bein ist entspannt und lang. Mach damit keine komischen Bewegungen oder so. Das rollt nicht irgendwie mit, sondern das liegt einfach auf dem Boden. Und wenn du die Vorbeuge machst, achte darauf, dass du deinen rechten Sitzbeinhöcker nach hinten rausschiebst. Du machst richtig so ein Entenpropo. Und dann setz dich auf. Nimm dein Handtuch und hör dein linkes Bein. Mach dein rechtes Bein lang. Und wir machen die ganze Übung auf der linken Seite. Du schiebst deine linke Hacke von dir weg. Dein Oberkörper bleibt auf deinem Oberschenkel. Dein Sitzbeinhöcker. Drückt sich nach hinten weg. Du machst einen richtigen Entenpropo. Dein Po geht nach hinten raus. Und dann ziehst du dein Knie wieder zu dir ran. Umarme dein Knie. Dein linkes Knie. Stell deinen Fuß auf deine Hacke. Die Fußspitzen zeigen Richtung Zimmerdecke. Und du drückst deine linke Ferse von dir weg. Nach vorne. Du kommst in die Vorbeuge. Und dein Oberkörper bleibt in Verbindung mit deinem Oberschenkel. Kannst du noch atmen oder bist du schon komplett weg? Bist du noch bei mir? Du kannst deinem Knie richtig einen Kuss geben. Du bist ganz nah an deinem Knie. Achte darauf, was dein linker Sitzbeinhöcker macht. Schiebe ihn nach hinten raus. Mache einen Entenpropo. Schiebe deine linke Hacke von dir weg. Und vielleicht kannst du auch spüren, was in deinem unteren Rücken vor sich geht. Was macht dein unterer Rücken? Dann beende deine Wiederholung. Nimm dein Handtuch unter deiner Ferse raus. Leg dich auf deinen Rücken. Mach die Beine lang. Mach die Arme lang. Und spür nach, was sich in deinem unteren Rücken getan hat. Wie liegst du jetzt auf dem Boden auf? Wie fühlt sich dein Popo an? Wie fühlen sich deine Sitzbeinhöcker an? Und was spürst du vorne in deinen Leisten? Wir nehmen uns diese Zeit, um eine Pause zu machen. Das kann schon sehr anstrengend sein für deinen unteren Rücken. Befreit ihn aber gleichzeitig auch. Ich selbst habe Probleme mit meinem ISG und mir hilft diese Übung ungemein. Nimm noch einen tiefen Atemzug. Und dann setzen wir uns wieder auf. Komm hoch. Und jetzt nehmen wir unser Handtuch, unsere Rutschunterlage unter beide Füße. Du umarmst deine beiden Knie. Du hast die Füße geschlossen aneinander. Die Zehen zeigen wieder zur Zimmerdecke. Und du schiebst deine Hacken von dir weg. Diesmal mit beiden Füßen. Deine Sitzbeinhöcker gehen nach hinten. Denke an den Endenpopo. Dein Oberkörper bleibt auf deinen Beinen. Und gehe nur so weit, wie dein Oberkörper auch da bleiben kann. Du musst nicht in die komplette Vorbeuge kommen. Es geht auch ums Spüren, was passiert in dir. Wie fühlt sich das für dich an? Es geht nicht darum, dich hier zu verbiegen und dich zu verletzen. Mach die Bewegung kleiner. Geh nicht zum Maximum. Du umarmst deine beiden Knie. Deine Zehen zeigen zur Zimmerdecke. Und du schiebst deine Hacken geradeaus vor dir weg. Und deine Sitzbeinknochen schieben sich nach hinten. Dein Popo. Du denkst deinen Popo nach hinten in die Länge. Das ist vielleicht keine große Bewegung, die du sehen, spüren kannst. Du denkst deinen Popo nach hinten in die Länge, während du deine Hacken von dir wegdrückst und dein Oberkörper auf deinem Oberschenkel bleibt. Und wenn du eine Pause brauchst, dann mach eine Pause. Hier zwingt dich keiner, so und so viel Wiederholungen mit so und so vielen Sätzen. Nein, darum geht's gar nicht. Mach eine Pause, wenn du dich unwohl fühlst. Das gilt für alle meine Videos. Nur weil ich die Ansage für so und so viele Minuten habe, musst du das nicht durchgängig machen. Dann wende deine aktuelle Bewegung. Komm dann ins Sitzen. Nimm dein Handtuch unter deinen Hacken heraus und leg dich noch einmal flach auf den Boden oder, wenn du möchtest, auf eine Matte, wenn du eine in deiner Nähe hast. Spür nochmal in dich hinein und schau, was die Übung in dir hinterlassen hat an Gefühl. Und wenn du dann gleich zum Stehen kommst nach der Übung, dann mach das langsam und spür im Stehen, wie du stehst, wie deine Füße fast in den Boden sinken. Und wenn du dann bereit bist, kannst du ein paar Schritte laufen, dich ein bisschen bewegen, drehen. Und wenn dir das gut getan hat oder du das Gefühl hast, ein bisschen mehr würde dir gut tun, dann lass mir einen Kommentar da und ich mach die längere Version. Und bis die längere Version da ist, dann kannst du einfach dieses Video nochmal neu starten, mir einen Daumen dalassen und mich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020